die haben extra für mich ein gumbo oder für dich da ein gumbo für dich hat gesagt ich finde ich ja ist klar aber glaubt schon das ist einer für dich und einer für mich oder die für mich ist klar das ist auch ein gumbo gestorben riesengumbo riesengumbo ich verstehe immer noch nicht wieso hast du keinen seitensprung gemacht also wann sprung wieso die darum einen grund ganz spontan eiskalt und ansprung gemacht wenn ich jetzt gesehen habe okay bin der klemme gut du stehst darum eine reaktion ich weiß die sagt ihr meine zu hatte da habe ich irgendwas gesehen eigentlich ja die sollen sind wenn ich da vor du weißt dass sie dass der block da versteckt waren nein der dritte doch hat sie gleich bei den patienten der zuvor egal ist haben wir es geschafft naja wie ich immer sagen um wartet muss auch mal glück in sein kann ich immer noch nicht doch nicht immer man kann man kann man kann auch das geht jetzt extremst langsam oder ist da kann diesen firmen man da das kommt manchmal bei kindem als es auch so sind bestimmte gegnersorte da ist nein lieber nicht ja nein lass ihn er hat nichts getan er sieht noch friedlich aus mache ich mache ich nicht sauer ja guck jetzt ist er sauer keine blöcke versteckt jetzt wird schwieriger irgendwie kommt das nie so ja noch nicht aber jetzt kommt das mit zehn der letzte mal mit dem bus danach noch nicht das waren und die bus kommt später ich habe nichts gesagt ich meine ja ich habe selbst ich habe eine ich habe mit mir selbst gesprochen wie immer bei meiner spiel jetzt wirklich auch so jetzt wieder darauf springen so lange warten bis irgendwas rauskommt alles abschicken ach so das wird ja was so ja müsste ich doch jetzt die erste meinte die letzte oder was glaubst du wenn ich da oben geblieben wäre dass ich nein die aber ich muss ja ja habe ich auch muss auf den normalen weg rechts es ist wieder zur seite teleportiert so gesagt dumm kopf komme ja gut sei ob das ist ein fehler war weiß man noch nicht muss man sehen das haben wir doch einmal schon gemacht oder ich glaube schon aber machen wir trotzdem ja das haben wir schon mal gemacht so runter geht noch rechts ich gebe runter oder das ist die zweite ja ich gehe in einer jahr unten 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 ja ja aber die würden die extra eine zweite münze machen die dritte unten diesen schlau bei den geistern der will kannst du nie wissen wo die münze ist aber trotzdem ich meine da muss man die machen ist aber der unteren weg sind wir davon nicht gegangen das weiß nicht und den haben ja und als erst einmal hier gemacht haben auch nicht gesehen das spätere level haben wir den gesehen ganz anderer weg oder kannst du an diesen weg erinnern so mit der gleiche guck nur zur sicherheit an anderen weg zeigen was muss man nicht mal ja haben das war doch dieses ist das war doch diese welt das kommt mir bekannt vor wenn ich das hier gerade so betrachte am ende bitte nicht am ende das ist die blume ja oder der zählte dich sofort was immer noch weitere proben weiter durch ich weiß wo das ist glaube ich ja ich weiß wo das ist rechts ist das nicht da in der türe ist muss irgendwo mal zu sein hier muss ein micro sein als wieso da ich habe das gesehen man muss mich nur benutzen da hochzukommen aber wie soll man da hinkommen dass das problem oder wie soll man ein micro haben immer nach weiter nach immer dahin was machst du da was ich immer weiter am micro so nein die andere türe die andere türe die andere türe die obere türe mir schon einmal genommen das weiß ich glaube ich würde ich auch denken aber mal gucken dumm kopf ich bin so ein dumm kopf aber wir brauchen micro wir wollen echt mal kommen weiß es so nein es ist kein sinn guck mal so geht das nicht nein war die zeit und immer wieder dahin nach oben meinung gibt es eine türe die da nach unten fährt müssen jetzt hier ich weiß mich würde es gehen aber ob ob wechsel zwei gebrauchen manchmal deutsch ich hab's gesehen ja er hat ja die sprung kopf aber wie soll man da hinkommen dass er sind dass die ganze frage ich habe mich redet was nein riesig ich habe dort klappt zentort haben wir nicht für die ganz kurz haben wir haben wir noch mal versuch aber vielleicht ist sie drin ich hoffe es bitte ich denke kann ich nicht glauben da müsste es in der nähe geben dann würde ich glaube aber sonst nicht okay wir haben das jetzt so gemacht dass wir jetzt micro geholt haben und es geht einfach mal weiter du brauchst es gar nicht zu drücken das weißt du oder unter sterfe es jetzt so wie sie ist der kurs springkanten könnten geht nicht wenn du das bewusst als stirbst du schon also ich wollte da unten war der weg ja warte micro ich würde brauchst die roten schalter ich meine ich konnte von da dann springen warte kommen jetzt muss man ja so leute darum muss man erstmal kommen und micro haben wir erst einer anderen welt geholt ich habe mich jetzt komplett verarschen anscheinend schon mal wieder geht zurück nein lass es bitte ja ich soll schon weg machen was die beiden löschen und auch in einer machen war da mein kompletter trotzdem noch ja wegen dessen irgendwas speziales rauszukommen was nicht geplant war da muss man bei den bei der stelle machen ja ungeplant aber naja noch mal kommt ja weiß ich mit kleinen sterbe was ich mit kleinen sterben aufpassen das sind spezial weg anstatt den anderen weg da bin ich auch zu vollendet habe er hat so zufällig entdeckt aber ich dachte schon dass man dann wie hoch ging kann man muss jetzt einfach da oben bleiben da passiert was und schwuppdiwupp ist man hier ich hasse diese ich hasse diese eine geist der welt jetzt müssen wir einfach den normalen weg dann hoch man muss jetzt zu uns kommen jetzt rüber spielen das war verdammt noch mal knapp jetzt müssen wir diesen fettig bum bum nach links locken kommen ja fettig bum bum komm weiter 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 rüber so jetzt bleibt auch da wie zum teufel soll man darüber kommen ach so ok warte warte ich glaube ich habe es ausgerufen ach so ist es wirklich so guck mich doch ok haben wir das geschafft aber dafür brauchen wir leute wirklich mal vor ihr müsst weil man findet nichts in dieser welt von marken man muss ein wenig stumm finden machen wunderschöne ich wollte keine kanonen finden aber trotzdem finde ich irgendwie kanonen spontan also du findest kanon spontan haben wir das auch erledigt jetzt müssen nur das hier sind gut wir haben vier dann komplett durch die klein sein wieso kontrast kummer sind verdeckt seine augen ist wirklich wir haben heute brust jetzt wirklich ein micro um die münze zu das war einfach aber dann sterbe ich auch einfach der kohle ja 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 ich bin ich ein bisschen das war schon klar ich glaube ich habe dieses letzte in 30 parts durch ja in 30 parts wenn ich mal denke der eine münscher hat mich schon gesehen ich habe mich gleich mal händelig darauf dann darauf habe ich gehoffte da war da war wirklich eine also eine haben wir haben hier so hier wirklich wo es hier dritte das die nächste frage kann sein dass es den roten rein muss nein da nicht zum grünen hatte ich es nicht mal durch zu überlegt das hat sich letztes mal nicht ja ich weiß ich habe mich noch gut daran sagen wir haben wir das jetzt wirklich was für ein face sein nein nicht geld geil sein noch einmal was für wen das leben kommt daraus noch ein leben das heute sehr belohnt ja kommt soll ich mich einfach stellen das guck hier schon schickt und nein du hast schon zwei leben genug bekommen das reicht sei nicht gierig warum nicht sei nicht gierig weil wir nicht die zeit dazu haben und du auch weil ich nicht die zeit habe du auch nicht die zeit habe doch also wird es länger bleiben nein ich habe trotzdem die zeit dazu gerade gerade gab es gar nicht zu verstehen was ich meine du auch nicht bei mir ich bin ich habe in der zeit wo ich jetzt ich habe noch eine stunde noch ein bisschen Zeit ja ach so beim schloss haben wir auch die letzten das haben die schon letzte Part gesehen aber so nie auch mal ahaha nein 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 genau halt nicht die zweite Münze fehlt solche Umkollange sei ein dumm Kornfall runter sein dumm Kornfall runter ich habe er völlig mit du wirst ein Panzer du hast ein Panzer bekommen nein ich habe Blumen dafür bekommen du machst du auch von der Kiste doch ja und noch eine Blume das sag ich mal mich beruhigt wo kann die zweite Münze sein einfach ganz ruhig okay da die erste Blume nach oben kann es sein könnte sein noch nicht war schon klar einfach so das führt nicht zur Münze ist einfach runter okay du bist gleich am Ziel das ist wirklich nicht Digger das war ein Scherz das weißt du oder so nein rede ich irgendwie so ernst dass man das irgendwie nicht mal verstehen kann das ist ein Scherz ich ja zerstöre es bring dich um man hat sie gestorben das muss man echt auch bringen ja war mit Absicht blume damit zwei blumen nämlich ich habe ich nicht ich hausse ich dann auch gleich ich hoffe in dieser welt gibt es diese seite nicht mehr so viel was wir tun müssen aber jetzt nicht schön mach einfach du hast du hast nicht die zeit mit sobald nach hause deswegen aber ganz schnell erledigen dann machen wir gleich ich dachte wirklich dass du es nie mehr schaust in der zeit okay ruhig ruhig das war fast wieder hektisch war schon so ein bisschen okay bitte soll das alles ja ja wir waren echt gut hier verdammt verdammt es gibt hier aber wir haben schon wir haben viel gemacht deswegen kann ich gleich bei 6 ging das muss einer von der ganz oben sein die bohre warte waren irgendwas schwieriges hier wir müssen über sie nicht töten da ist die erste münze weil ich glaube da war schon das erder war da war die zweite kommt mir trotzdem mal die zweite da war die stelle wo die augen ja 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 und wir werden sagen meine gedächtnis muss ich nicht habe ich schon geschafft habe ich habe ich habe ich meine gedächtnäste ist immer die bütze ist nicht gut naja eigentlich was ja ein bisschen klar ich habe mich überlegt erstens das war die boxe noch weiter zweitens bekannst wir können uns daran erinnern mit den drei schon dass da die stelle war und drittens es ist ein tolles argument muss abitur machen das ist mit abitur zu tun